Der 12, der 8 und 2. Blauer Wasserdampf. Das stört aber nicht. Das geht schon den ganzen Morgen so und gestern die ganze Nacht. Könnt ihr das da sehen? Wenn gleich die Sonne noch ein bisschen mehr kommt, kann man es noch besser sehen. Da hinten haben wir das schön. Guckt mal. Da haben wir wieder so ein bisschen hier so zum Auflockern. Aber das Elend ist hier. Wie gesagt, die ganze Nacht schon Brandgeruch. Ist das nicht geil? The Fog, Nebel des Grauens. Hier ist das schön. Wird sich ein bisschen scharf stellen, aber das ist nicht das Wichtige. Das Geile ist hier. Guckt mal. Ist das nicht der Heck? Ich sag euch das. So sieht es aus. Und das jeden Morgen, jeden Tag, jede Woche, jeden Morgen.